Einen Freund ist wieder da. In den letzten Wochen wurde er von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Zu groß die Gefahr, er könnte wieder eine unüberlegte Bemerkung machen, seinen Promibonus verspielen und neue Hoppelas liefern. Leben im Ausland, weil das öffnet völlig neue Dimensionen und öffnet einem die Augen. Also ich kann jedem nur empfehlen, weg von da. Leben im Ausland, weil das öffnet sich, wenn das öffnet sich,